Baba? Baba? Ich muss mit dir reden. Reden, sitzen, reden. Mach nicht den Kopf kaputt. Baba, hör mir zu, ist wichtig. Wichtig, meine Serie auch wichtig. Ich hoffe, ich rede, ich höre. Baba, ich will heiraten. Mascha Allah, du bist groß geworden. Du willst von Hause wegfliegen. Wenn das für dich fliegen heißt, dann... Ja, ich will heiraten. Ach du Scheiße, du machst so du reden mit Babo. Du warst ein Gänster, ein Baby. Jetzt wollen wir fliegen. Heiraten, heiraten, tanzen. Baba ist so gut jetzt. Sag doch mal, wie machen wir das jetzt? Baba, machen gucken, suchen für dich. Versprochen. Ich suche für dich, ich sage nicht suchen. Aber die Stabilität noch nicht. Ich trage mich zu ребенchen. Oh ja, ja! Yo, ich habe mein Herz Christ. Baba. Oh ja, Baba, Baba. Schufe! Hast du schon einen Mann für mich gefunden? Du wolltest schnell abhauen? Hör doch mal auf jetzt, sag doch. Ja, ich habe gefunden. Machst du sitzen im Wohnzimmer? Die kommen jetzt. Geht doch. Machst du keinen Zig-Zag mit Auge, ha? Hallo, Abu-Antar. Hi. Hallo, Abu-Rosi. Was ist das Dajur? Das ist Krastin Dajur. Ah, Krastin Dajur. Okay, okay. Kommst du rein, Krastin Dajur? Ja? Super, danke schön. Kommst du rein, ja? Ja, Abu Dajur. Machst du sitzen, Kalbun? Ja, Rosi. Gibst du her, gibst du. Hallo, Herr Antar. Danke für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr nett von Ihnen. Sie haben eine sehr, sehr schöne Geburt. Chalas, Herr Kalbun. Sag Kartenmark. Wir werden nicht mehr reden. Chalas. Sagen, was machen? Ja, Herr Antar, Sie wissen ja, ich interessiere mich für Ihre Tochter. Ja, ja. Interessieren für meinen Diamanten. Die sind teuer. Diese krassen Dajur. Nicht viel. Muss mehr, ja? Ja, klar. Verständlich. Ich habe auch viel mehr noch. Also, das ist nicht alles. Die sind gut, diese. Zeigen, zeigen. Wo du, was arbeiten, was machen. Muss sehen, muss gucken. Ja, ja. Kein Problem. Ich handel mit Autos. Kontroll machen, super wichtig. Ja, ja, klar. Gerne. Bei mir läuft es super. Sie können mich auch gerne besuchen, wenn Sie möchten. Was? Alles. Salamu alaikum. Komm, komm durch. Salamu alaikum. Alles deine? Alles deine? Ja, ja. Alles meine. Alles meine. Masha Allah. Masha Allah. Die sind gut. Meine Firma, alles. Büro auch deine? Ja, ja. Das Büro auch meine. Ganze Gebäude meine. Hier, der ganze Platz. Alles gehört mir. Ja, ja. Zeige, zeige, zeige. Zeige. Papa, das ist gut. Ich rede, du gucke. Alles deine? Ja, ja. Alles meine, Onkel. Alles meine. Große, viel Platz, viele Autos. Onkel, da hinten geht es noch weiter. Mehr zeigen? Da hinten ist meine Hauptarbeit. Da ist der wichtigere Teil, ja? Komm, ich gehen einmal runter. Ja, ja. Zeige, zeige, zeige. Hallo. Was ist diese? Meine Arbeit. Unkel, das ist meine Arbeit. Damit mache ich das meiste Geld. Nein, 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 du musst nicht mehr reden. Dieser Schrott, diese Scheiße. Was ist diese, wo ist das Geld? Aber hör auf. Ja, ja, dieser Schrott. Ich mache vom Auto raus und mache neue. Ich verkaufe das. Das ist Schrott und so. Du denkst meine Tochter heiratet Schrott? Nein, nein, das meine ich gar nicht so. Du denkst meine Tochter ist ein Schrott. Beruhig dich, Onkel, beruhig dich Meine Familie kommt in die Heimat, guck mal hier, Mann, wo meine Tochter sehen Hier, Schrott, ja, Kalb, ja, Kalb, ja Onkel, mit diesem Schrott, ich mach über 3 Millionen Euro Umsatz im Jahr, Onkel Oh, ja, Kalb, ja, Lugen, deine 3 Millionen, du machst auch Schrott, diese, Schrott, diese Onkel, reicht, ja? Wie redest du mit mir? Ich bin Millionär, ich hab mir diese Firma nicht mit Luft aufgebaut Wallah? Ja, ich bin Millionär, du musst mir von mir Respekt haben, Onkel Baba, hör doch auf Sag dir, du machst ja Kalb, wenn Baba redet, du bist ruhig, guck mal, nur guck mal Deine Tochter kann froh sein, mich zu heiraten, hat gutes Leben, Luxus Ja, ja, hab Respekt von mir, du bist auf meinem Kopf, aber hab Respekt, was machst du mit dem Gürtel? Millionär, ha? Millionär, ha? Was ist los, ey? Was ist los, was ist los? Ja, was ist los? Hör auf, hör auf, bitte, hör auf, bitte Baba, hör auf, hör auf, hör auf, ich soll das, okay Ich hab mich schritten, Herr Klaus, ja Hör auf, bitte, Mama, bitte Ja, okay Baba, ich halte das echt nicht mehr aus hier Ja, aber trotzdem, ich will einfach heiraten Ja, heirate, heirate, aber langsam, langsam, schritte, schritte, nicht direkt heiraten Ja, Baba, wann kommt der Typ? War gerade richtig Diese Scheiße hier, hier, guckst du, hörst du, ich hole jetzt diese Scheiße Guten Tag, Herr Anta Guten Tag, schon diese Louis Vuitton? Ja, genau, das ist Louis Vuitton Das ist für ihre Tochter Onkel, keine Louis Vuitton? Heute leider nicht Nächstes Mal musst du auf den Onkel, yalla, komm rein Hallo, wo du gucken? Du gucken wie Auto oder was? Ja, erst gucken, reden hier Tut mir leid, Sie haben eine wunderschöne Tochter Was machen, Abu Louis Vuitton? Was meinen Sie genau? Ja, was, du arbeitest Ich bin Arzt Ich bin Doktor, Doktor, hey, Mascha Allah, Doktor Ja, ich bin Doktor, ich hab eine eigene Praxis Hey, Praxis, ha, du hörst, Praxis, ja, ja, zeig diese Praxis, zeig Ich bin Action Anufer Ay, wa, ay, wa, Mascha Allah, Mascha Das Doktor, ha, Doktor Dieser Doktor ist super Ja, Papa, ich glaub, der ist das Aber wo diese Doktor, keine、 slammed Etan None Der Doktor Ach, grüße Sie, Onkel Ay, wa, ay, wa, salam Alaykum, der Doktor Wa alaykum и salam ja klar das ist alles meins hier was meinen sie damit ja ich muss sagen ich mache schon gutes verzeiht mir ja fühlt euch hier wie zu hause ich hole eben den nächsten patienten dann bin ich das ist mein patient das ist mein patient ich bin tierarzt herr anta ist okay ich tue ihn weg machen diese lakadine ich bin beruhigen sie sich es passiert nichts mehr tut mir leid und ich verdiene mein geld damit ich bin geld damit du verdiene geld ich sage ihnen was du verdienen ich sage ich ich habe keine kalbier kalb und warum machst du so was ich weiß du liebst mich aber langsam muss ich echt heiraten du bist du eine diamante ich suchen einen mann muss gerade haben muss geld haben muss du kannst dich bei allen nein sagen die nächste ist gekommen ich bin gerade ich weiß was gut vor meiner tochter ist wassalamu alaikum war okei wo alaikum wassalam patiikh eine melona kommt mein lader patiikh ist ok ist ok kommst du rein kommst du rein yallah ok danke guckst du abo meloni ist gekommen ja baba ich liebe melonen aywa mashallah alle alle wir leben alle melonen ja genau in der tat 80 prozent wasser beinhaltet eine melone und die sind sehr gesund und sehr gut für das immunsystem willst du heiraten und ich besitze einen supermarkt ok habibi und diese vermögen ist sehr viel da in die bau und auch hier ich gebe nur die hälfte mal papa papa das hört sich gut an ok wie machen wir das jetzt mit dem heiraten jetzt hier du wollen kaufen tomaten sofort machen habibi diese diamante die sind meine tochter ja 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 du musst zeigen supermarkt ich muss machen kontrol kontrol und dann später machen ja ok das ist noch ok salamu alaikum oh alaikum salam onkel habibi habibi albi ammo salamu alaikum hey 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 khalas khalas assalamu alaikum du bist auch da habibi schweih schweih die sind alles deine ja natürlich haben alles meine bat von fatah allah irhamu tot jetzt meine ok papa schuff ich das ist der richtige ja mach keine lösen jetzt lass mich machen ich machen du gucken kommst du onkel habibi onkel guck mal diese laden wie deine alles deine alhamdulillah mashallah diese halal laden ha laden geschafft cool alles deine alles deine wo ist trinken trinken komm ich bring dich komm kommst du ich zeig dir hier alles hey hey ja wala ab jetzt auch so ja onkel hier sind alles getränke ist nicht mehr viel bald neue container wala diese gut diese ja viele viele modelle neue modelle ja ich geb dir die gabri solle nehm kleine warum diese große langsam langsam ich küss dein ernst machst du am fasten alhamdulillah allah karim willst du wollen trinken nimm andere nimm andere alles gut diese ja musst du neue modelle holen ja neue modelle nimm diese auch hast du vergessen machst du pakete für hause für bruder mutter alles für heimat nimm die auch alle mit ich sag diese gute mandel yallah yallah zeig mir zeigen torri torri schwey torri schwey alhamdulillah 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 ja allahmantakrim wala godis groß habibi yallah habibti kommst du kommst du kommst du Alhamdulillah alhamdulillah mashaallah bismillah mashaallah kommst du dur ich kommend du rabe rato mavi müssen zahl mavi zahlen na 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 kribe keine zahlen keine zahlen yallah foti 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 du bist du guter man ha danke danke habibi kommst du später essen bei mir mach nen vertrag fertig ok wir sehen dich später ja yallah sitzen sitzen ja kalb ja farouf ja abu's supermarket aloo bismachin hier lege ich zetsin hier bismachin wala bismachin bismachin gebel drinkan gebel ja klang amu bitteschön hier lai lege lege lense phamilia hampów 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 dows chanfów phamilia naima nadal 黄 karaków Mum do ho ho ai ai HEL Wollah nein, wollah nein! Gehst du ja! Sert dich die Backe, gelbe! Ich hab nichts gesehen, ich bin nur da eine Dota!